Okay, ähm, Tag, äh, Nacht 27. Ich glaub, 30 wird's geben. Könnt ihr mir vorstellen? Mal gucken, wo uns das jetzt hinführt. Oh, Alter, alles noch mehr verstrahlt. Durch den Regen vielleicht? Weil gestern war dieser Busch, glaub ich, noch nicht verstrahlt. Oh, die Taube. Lecker, lecker, lecker. Unser Spürsinn ist wieder an. Ist die Eule wieder am Sitzen hier? Nee. Okay, die Eule ist weg. Ah. Können wir mal mitnehmen, ja? Dann leuchten wir auch im Dunkeln. Jetzt kommen wir wieder zurück. Ja, sie ist bestimmt krank. Und er will bestimmt das Fell von dem, von dem Kleinfuchs verkaufen. Damit der wahrscheinlich das Geld hat vielleicht für die, weiß ich nicht, für die Krankheit ihrer, seiner Tochter. Also so seh ich jetzt vielleicht so die Geschichte. Ich weiß natürlich auch nicht. Ist jetzt nur Gutmaßung und Spekulation. Natürlich kommt er jetzt genau hier lang. Es ist so klar, dass er hier lang kommt. Dann müssen wir jetzt einen Moment warten. So, warten bis er da rauf geht. Alles dreht sich um die Firma. Moody. Moody. Moody? Okay. Weiter geht's. Okay, wir müssen hier lang. Die rollen auf jeden Fall irgendwelche Schmikalien raus. Wir müssen essen, ne? Wir können aber nicht essen. Das ist ja toll. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ich weiß, wir müssen zurück, aber ich riskiere das jetzt noch. Toll, nix zu essen, super. Vielleicht nochmal eine leckere Maus hier oder so, das wäre ganz toll. Alter, wo sind wir hier? Oh nein. Oh nein. Müssen wir den ganzen Weg jetzt zurück? Einmal noch? Oder auch nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt zurück. Gibt's hier keine Abkürzung? Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, da, unterirdisch. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Achso, diese Teppichfirmen oder was auch immer die hier machen. Oder Handtücher oder keine Ahnung. Ach nee, wir müssen ja da lang. Entschuldigung. Oh, Alter. Äh. Uff. Ähm, ja. Das ist nicht gut. Vielleicht finden wir noch was zu essen. Aber erstmal vielleicht nach Hause, das wäre ganz gut. Das wäre ganz nice. Oh nein, jetzt kommt der andere auch noch, ne? Kommt er hier lang? Er kommt hier lang, natürlich kommt er hier lang. Es war so klar. Geht der weg? Müssen unbedingt nach Hause. Und eine Nacht drüber schlafen. Ich bin aber weg. Äh, nein, bin ich nicht. Hä, die verjagen uns nur noch, ne? Okay, da kommen wir nicht mehr lang. Scheiße. Oh, fuck. Shit. Wir müssen irgendwie anderen Weg nach Hause finden, ne? Hä, aber es geht doch nur da lang. Was soll ich denn machen? Es gibt doch keinen anderen Weg. Wie, wie soll ich denn... Doch, da hinten. Aber da ist ein Schloss vor. Da komme ich nicht zurück. Oben. Oder ich muss ganz außenrum hinten. Aber ich komme hinten nicht nach oben, ne? Oder komme ich hier raus? Wenn ich hier lang gehe. Oh, shit. Nein, ey. Harzda, er grüßt dich. Moin. Na, wie ist die Lage? Willkommen. Ey, ist doch nicht wahr. Ist doch einfach nicht wahr. Verdammt. Steht der da noch, der Typ? Nein, Gott sei Dank. Kommt, schnell, 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 schnell. Dann essen wir eben schnell was. Meine Puppies. Wie cute, die Puppies. Mal eben einmal schnell in den Sack greifen. Wenigstens etwas hier zum Essen. Haut rein, Mann. Dass ihr wenigstens was ihr Essen habt. You can climb, if you hurt. Ah, okay. So, jetzt zurück. Wir müssen zurück schleunigst. Jo, ganz gut. Drei Wochen Urlaub und bei dir. Jo, auch soweit ganz gut. Und dann nimmst du irgendwas im Urlaub? Wie läuft? Arbeiten alles? Alles schön? Oh, hier essen. Was macht die Kunst? So. Dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Und dann schauen wir mal. Also geht's irgendwo hin? Oder... Und wie geht's so generell? Dem Werten befinden. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Nooo, so... Cutie. So cutie. Toleranz allem gibt es noch freundlich... Achso, trotz allem gibt es noch freundliche Menschen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist so. Auch in vielen Negativen gibt es immer noch was Positives. Das ist einfach so. Man muss nur was Positive auch mal sehen. Und nicht nur die negativen Dinge. Das kann man sich auch mal merken. Auch so generell fürs Leben. Neben den nur negativen Dingen gibt es auch Positive, die man sich mal anschauen sollte. Na, gibt wenigstens ein bisschen Essen, was sie da haben. So, jetzt gucken wir mal, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Ich hoffe, das hat keine Auswirkung. Die Esserei. Das ist wieder dieses Fahrzeug oder Boot oder was auch immer der da hat, ne? Hat es einfach weg... Oh nein. Ich weiß nicht, wie viele Schritte wir noch haben vor uns. Aber es kann nicht mehr viel sein, glaube ich. Okay, wir sind wieder hier. Oh nein, seine Maske. Seine Maske. Bitte help me. Please help me. My daughter. My daughter. Dieses Jahr habe ich auch dieses Jahr ab. Habe mitbekommen, dass du umgezogen bist. Jo, bin umgezogen. Genau. Ich wohne nicht mehr im Ruhrgebiet. Tatsächlich. Ich wohne jetzt in Niedersachsen. Ähm. Genau. Aber du bist immer noch bei derselben Firma, denke ich mal, ne? Neuen Job habe ich auch. Bin mega glücklich damit. Alles supi. Alles schön. Mir macht das echt Spaß. Tut mir auch richtig gut. Oh nein. Oh nein. Ah. 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 Oh nein. 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 Okay, sie essen gut. Das ist schon mal sehr gut. Nice. So, wir müssen jetzt nach Hause finden. Ach schön, wenn es endlich richtig ist und schon länger geht. Auf jeden Fall mein Glückwunsch. Du hast ja schon genug Scheißen in den Griffen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, über zwei Jahre jetzt. Oh nein, das ist eine Falle, ne? Kann ich ja drüber springen? Poor daddy. Yes, life is hard for everyone. Yes. That is so. Life is so hard. For everyone. Ja, dann wollen wir mal nach Hause, ne? Gut, den Jäger werden wir jetzt nicht mehr haben. Oh man, die Tochter. Wir haben aber auch jemanden verloren. Soll jetzt nicht irgendwie was andeuten, aber, ne? Es ist scheiße. Es ist einfach, es ist einfach Kacke, jemanden zu verlieren. Das ist einfach so. Egal, wer es ist. No. Time to pet puppies. Yes. Schlaflied. Errungsschau freigeschaltet. So süß. So cutie. No. Es bedeutet cutie. Sorry. Es ist cutie. Ich bin ein Mann. So. Okay. Let's go home. Alle schlafen so friedlich. Ich bin jetzt Xboxler. Lass mich raten, wegen dem Game Pass, was alle gesagt haben, boah, der ist richtig geil und richtig cool. Ja, ist er auch. Aber, naja, gut. Muss ja jeder selber wissen. Gottes Willen. Alles gut. So, Nacht 29. Was mag jetzt noch alles kommen? Ich weiß nicht. Was sollen wir jetzt noch groß machen? Können wir jetzt irgendwie nach Hause noch? Oder? Es gibt nichts mehr zu tun. Pintang. 33. Thank you for the follow. Ooh. Shannon.